Folge 13 bei einem Team, ein Podcast. Haben wir absichtlich gemacht, das war nämlich früher die Rückennummer von Steffen Veth. Schön, dass du da gewesen bist. Wir hatten auch eine Frage von Jannik Kohlbacher, der sinngemäß gefragt hat, wie ist es denn so bei Kevin im Podcast und was war deine Antwort? Gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Was hast du denn gedacht, was wir hier haben gemacht? Ja, ich bin einfach nicht der Typ für sowas. Wir haben auf jeden Fall ein gutes Gespräch von ziemlich genau, ich glaube 58, 59 Minuten geführt und haben Steffen Veth näher kennengelernt, wissen jetzt, wer die Kinder im Hause Veth ins Bett bringt und wer das vor allen Dingen entscheidet. Das entscheidet nämlich nicht ihr, oder? Meistens nicht. Haben natürlich auch über viel Sportliches gesprochen, über die aktuelle Situation. Es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschalten in die neue Folge Ein Team, ein Podcast. Die könnt ihr euch anhören überall, wo es Podcasts gibt und dann könnt ihr uns da auch direkt abonnieren. Viel Spaß dabei.